B E A T Der Lieber und Islam haben sehr wohl einen Zusammenhang, auch wenn das heutzutage in China gut sichtbar ist. Aber es gibt ihnen ein großes Fragezeichen, denn wo kommt das her und wo ist das so? Ja, das heißt, wenn die Aris so drauf aussieht, wenn die so einen Lüft-Effekt macht, die erkennt das von den Comments. Die Beef-Effekt ist mein Stيتchen und diesen Weg zum Beispiel. Die Beef-Effekt ist mein Native-Sugendung. Die Beef-Effekt ist mein Lüft-Effekt. Die Beef-Effekt ist mein Land. Milton B. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.